Über Achtsamkeit und Spiritualität zu sprechen, heißt über den Menschen zu sprechen. Und damit über das, was uns alle angeht. 2020 war ein verrücktes Jahr. 2021 war nicht viel besser. Und jetzt haben wir Krieg. Krieg in der Ukraine, Krieg in Europa. Ich habe keine Worte. Natürlich ist es an der Zeit zu helfen, Solidarität zu zeigen und Putins Machtrausch zu verdammen. Aber es ist auch Zeit, sich zu besinnen, zu fühlen, zu wissen, dass das Leben kostbar ist und jeder und jede Einzelne unersetzlich. Das betrifft aber nicht nur uns Menschen. Haben Sie auch schon gehört, dass in den Flüchtlingszügen hauptsächlich Frauen, Kinder und Haustiere sind? Vielleicht hat auch jemand eine kleine Pflanze mitgebracht. Du dein Lieblingskleid. Das Leben ist kostbar. Alles Leben ist kostbar. Aber genau das haben wir zunehmend vergessen. Corona hat uns daran erinnert, dass nicht Konsum und Produktivität, sondern unsere Beziehungen das Wichtigste sind. Dass wir einander das Wichtigste sind. Dabei ist auch Corona nur ein sehr kleiner, wenn auch immer noch recht lauter, Teil der großen und umfassenden Krise, die wir gerade erleben. Diese Krise hat grob gesagt zwei Schauplätze. Der eine hat etwas damit zu tun, wie wir Menschen miteinander umgehen. Der Krieg an Krieg ist das Schlimmste, was wir einander antun können. Aber auch sonst behandeln wir uns nicht so, wie wir uns das als Spezies, als Menschheit schulden würden. Überall gibt es noch strukturellen Rassismus. Wie gerade an der ukrainischen Grenze, wo wirklich Menschen, die nicht weiß waren, benachteiligt wurden. Es gibt auch immer noch überall Sexismus. Und in Deutschland verdienen Frauen immer noch 20 Prozent weniger als Männer. Und ebenfalls immer noch müssen quere Lebensformen und Homosexuelle oder Transpersonen oder Menschen ohne eindeutiges Geschlecht um Anerkennung kämpfen. Ganz zu schweigen von den Rechten derer, die gar keine Stimme mehr haben, ihre Rechte einzukleiden. Geflüchtete, ausgebeutete, Menschen in Diktaturen. Das ist eine ganze Menge. Aber die große Krise, Krise heißt übrigens Zuspitzung, Entscheidung kommt aus dem Griechischen. Also die große Krise betrifft nicht nur die Weise, wie die Mitglieder unserer Spezies miteinander umgehen, sondern auch das Verhältnis, das unsere Spezies zu den anderen Spezies und zum Ganzen der Erde hat. Der zweite Schauplatz hat also etwas damit zu tun, wie wir mit der Natur, den Tieren und dem planetaren Ökosystem umgehen. Die Pandemie war und ist auch eine biologische Erfahrung, verstanden als Einbruch einer ebenso bleichflächigen wie unkontrollierbaren Natur, wobei wir jetzt mal beiseite lassen. Dass die wahrscheinlich nur entstanden ist, also Corona wahrscheinlich nur entstanden ist, weil wir die Lebensräume der Tiere zerstören. Ganz zu schweigen davon, dass wir Wildtiere gefangen, eingepfercht und gegessen haben. Doch jenseits aller Ursachenforschung ist die Pandemie ein erster Vorgeschmack auf die Konflikte, die zwischen unserer ausbeuterischen Lebensweise und dem planetaren Ökosystem bestehen. Diese Konflikte bleiben. Nach Corona ist vor der Klimakrise. Genauer gesagt ist Corona längst enthalten. Und obwohl wir uns alle noch Normalität sehnen, können wir nicht einfach so weitermachen. Denn nicht nur die Natur ist von unserer Lebensweise bedroht, sondern wir selbst sind bedroht. Unser eigenes Überleben. Die umfassende Krise heißt deshalb nichts anderes, als dass sich gerade auf sehr dringliche Weise die Frage stellt, was der Mensch ist und was der Mensch sein soll. Keine Sorge, die werden dir nicht beantworten. Wir wollen heute nicht die Welt retten, sondern über Spiritualität nachdenken. Das große Ganze nehmen wir dennoch immer wieder in den Blick so hin, blind sind. Auch weil uns nicht nur in Zeiten des Krieges, sondern auch angesichts von Dingen wie Filter-Bubbles, Querdenkerei und Identitätspolitik, wir uns immer wieder daran erinnern müssen, dass uns Menschen alle viel mehr verbindet als trennt. Unter anderem unsere Fähigkeit, an totalen Quatsch zu glauben. Dieses Wissen über unsere Gemeinsamkeiten findet seine erste Anwendung in der Tatsache, dass wir mittlerweile zweifelsfrei festgestellt haben, dass die menschliche Aufmerksamkeit begrenzt ist. Nach ungefähr 20 Minuten Schluss. Deshalb hat dieser Vortrag, der ungefähr 50 Minuten dauert, drei Teile. Dazwischen machen wir kleine Pause, um durchzuatmen und uns zu erfrischen. Unsere Zeit ist kostbar, denn das Leben ist kurz, sagt Seneca. Und das ist auch so ein Satz, der für alle Menschen gilt. Deshalb erstmal einen Überblick, was wir mit der bestehenden Zeit vorhaben. Also erstmal klären wir ein paar begriffliche Voraussetzungen. Dann machen wir eine kleine Pause. und blicken im zweiten Teil auf die Elemente der spirituellen Dialektik und die Frage nach der Spiritualness. Dann machen wir wieder eine kleine Pause, um abschließend darüber nachzudenken, was die spirituelle Perspektive für den gegenwärtigen Moment bedeuten könnte. So, jetzt fangen wir an. Also am Anfang, da wo wir jetzt sind und wo wir stehen, genauer gesagt, wo ich bin und wo ich stehe. Dieses Ausweisen der eigenen Perspektive, die per Definition beschränkt und natürlich kritisierbar ist, macht deutlich, dass es bei allen Begreifungen nicht um endgültige Wahrheiten geht und gehen kann, sondern um brauchbare Vorschläge zur Beschreibung von Dingen und Sachverhalten. Diese methodische Vorläufigkeit liegt aber auch in dem behandelten Gegenstand. Der Gegenstand sind nämlich wir. Denn wir fragen nach dem Menschen, nach dem Leben und nach dem Sinn dieses Lebens. Den Sinn, der sich zugleich in der Form ausdrückt, die wir diesem Leben geben. Doch wovon sprechen wir jetzt, wenn wir von Leben sprechen? Also wovon spreche ich? Das Leben ist eine geheimnisvolle Ganzheit, deren Dauer der Wandel ist. Alles ist im Austausch. Alles strebt nach Ausgleich. Alles ist mit allem verbunden, durch Einklang und Reibung, also Resonanz und Rhythmus. Alles, was ist, ist in Bewegung, atmet, ein ständiges Schwingen zwischen Polaritäten, Tag und Nacht und neuer Tag werden und vergehen und neues werden, Ordnung, Kraus, neu erupen. Der Mensch ist ein Teil dieser geheimnisvollen Ganzheit und sie ist zugleich ein Teil von ihm. Wir tragen das Leben in uns und sind durch es und mit ihm verbunden. Der Mensch ist also ein lebendiger Teil des Lebens. Das sagt viel, aber wenig zugleich jetzt nochmal bitte genauer. Was ist der Mensch? Naja, ich weiß es auch. Ich weiß nur, dass der Mensch das einzige Tier ist, dass diese Frage, nämlich wer bin ich, stellen kann und sie zugleich niemals abschließend beantworten will. Denn im Gegensatz zu den bestimmten Tieren, die in eine vorgefundene Umgebung hineingeboren sind, wie so ein tropischer Fisch, der das Riff in den immer gleichen Bahnen rundet, ist der Mensch das unbestimmte Tier. Das ist ein Lebensumstand, der immer wieder neu schaffen ist und schaffen muss. Irgendwas ist immer. Wir müssen uns immer wieder selbst auf der Erde beheimaten. Und obwohl wir bei diesem Beheimaten wirklich großen Einfluss auf das Leben nehmen können, sind wir zugleich nicht wirklich frei. Einerseits steht uns immer, einerseits ist immer schon was da. Es ist immer was da. Wir alle stehen auf Ruinen und niemand betritt eine leere Welt. Sondern jeder von uns ist immer schon in eine bestimmte Epoche, in eine Kultur, in eine Familie hineingeboren. Ganz zu schweigen davon, dass auch alles mögliche andere mit uns da ist. Die Natur, die Ehre, die Erde und unsere eigenen Schöpfungen, wie der Kapitalismus oder die Eisenbahn oder der Latte. Andererseits steht uns Menschen nicht nur vieles entgegen, sondern uns bleibt doch vieles unverfügbar. Im Leben, im Lieben und beim Sterben. Diese paradoxe Position beschreibt der existenzialistische Philosoph Martin Heidegger. Wenn wir jetzt trotz seiner antisemitischen Äußerungen als klugen Denker achten wollen, als geworfenen Entwurf. Die Geworfenheit beschreibt die Momente unserer Unfreiheit. Und der Gedanke des Entwurfs illustriert die gleichzeitige Offenheit der Zukunft. Und damit auch unsere Verantwortung für sie. Denn wir sind eben nicht nur das, was ist, sondern immer auch das, was sein könnte. Weil wir werdende Wesen sind. bis zum Tod. Dabei sind wir alle in ein Leben hineingeboren, das sich uns als eine unendliche Entfaltung von Seinsmöglichkeiten zeigt, denn übergeordneter Sinn uns entzogen ist. Ein Naturwissenschaftler würde das wahrscheinlich anders ausdrücken und sagen, die Evolution ist zukunftsblind. Das Leben ist also nicht auf ein bestimmtes Ziel hin ausgerichtet. Und doch liegt ein ungeheurer Wert in dieser unendlichen Entfaltung von Seinsmöglichkeiten. Eine Daseinslust. Eine Entfaltungsfreude. Doch es geht um mehr. Denn nur weil es keinen übergeordneten Sinn des Ganzen gibt, können wir selbst Sinn aus unserem eigenen Leben machen. Doch wir stellen diesen Sinn nicht nur hin, sondern er stellt sich auch ein. Er stellt sich ein, wenn wir unserer eigenen Position im Ganzen gerecht werden. Wenn die Abstände und Benachbarungen zwischen den Dingen stimmen. Die Rhythmen und Resonanzen. Wenn er so eine erlebbare Ordnung hat, die so viele Formen hat, wie es menschliche Überhausungen gibt, in denen man sich wohlfühlt, beheimaten kann. Sinn entsteht also, wenn wir uns im Leben und im Zusammenleben mit allem, was ist, zurechtfinden. Wobei wir den Sinn des einzelnen menschlichen Lebens darin sehen können, eine der unendlich vielen Seinsmöglichkeiten zu sein und auf diese Weise einen eigenen Beitrag zur allgemeinen Entfaltung zu leisten. Also, jeder einzelne Mensch legt durch den Vollzug seines eigenen Lebens Zeugnis darüber ab, was das heißen kann, ein Mensch zu sein. Jeder einzelne Mensch gibt durch sein Dasein eine einzigartige Antwort auf die Frage nach dem Sinn des Lebens und damit auch nach der Möglichkeit, in diesem Leben zu Hause zu sein. Zugleich blickt jeder und jede Einzelne von einem ganz eigenen Ort aus auf dieses Leben und bringt den Landesstunden dadurch einen einmaligen Aspekt dieser geheimnisvollen Ganzheit zum Ausdruck. Allein schon deshalb ist jeder Einzelne und jeden Einzelnen kostbar und unersetzlich und vor allem sinnvoll. Ja, also wir sind da, aber wir haben uns nicht. Das Leben geschieht uns und doch können wir vieles gestalten. Wie soll man diese paradoxe Position des Menschen begreifen? Es geht nicht. Und doch ist das Begreifen so natürlich wie der Atem und so konkret. Ich würde Sie jetzt bitten, mit mir zu atmen vor dem Computer. Wir machen das. Fünfmal durch die Neuse einatmen und fünf Mal durch den Mund wieder auf. Wer hat jetzt geatmet? Ich sehe Sie. Haben Sie geatmet? Also die interessante Frage ist, wer hat vorher geatmet? Also jetzt haben Sie geatmet? Oder wurden Sie geatmet? Und so ist das auch mit dem Leben. Alles geht sozusagen automatisch seinen Gang. Im ganzen Sinne der Energieerhaltung. Und doch können wir das meiste, was wir uns bewusst machen, auch beeinflussen. Wenn man beispielsweise durch Übungen von der Gewohnheit des Plastik gebraucht und die Gewohnheit der nachwachsenden Rohstoffe kommen kann oder von der Theorie in die Praxis. Machen wir also weiter. Aber erst mal erinnern wir uns, der Mensch ist das unbestimmte Tier, das sich selbst und seine Rolle hier auf der Erde immer wieder neu bestimmen muss. Das betrifft sowohl unseren Umgang miteinander mit unserer Gleichheit und unserer Verschiedenheit, als auch unseren Umgang mit den anderen Spezies und unserem planetaren Ökosystem. Sich zu bestimmen heißt, Sinn aus unserem Hiersein zu machen, indem wir eine lebbare Ordnung herstellen, die so viele Formen haben kann, wie es Menschen gibt. Aber warum machen wir das nicht einfach? Warum haben wir stattdessen eine Krise? Zürich Kierkegaard, der Begründer der existenzialistischen Philosophie, beschrieb den Menschen als seltsam zusammengesetztes Wesen. ist für sich selbst ein Problem. Und woraus sind wir zusammengesetzt? Nur jetzt. Wir haben einen sichtbaren Körper und ein unsichtbares Innenleben. Und wir sind innen viel größer als außen. Wir sind vielfach beschränkt und doch in jedem Augenblick frei, uns zu entscheiden. Wir sind sterbliche Wesen, weil wir leben in der zeitlosen Ewigkeit unserer Gedanken des Augenblicks. Wie soll man das zusammenbringen? Das ist eben der Sinn, den wir immer wieder neu aus unserem Leben machen müssen. Ein Mensch zu sein heißt, darüber nachzudenken, was es heißen kann, ein Mensch zu sein. In seinen vielen Büchern hat Kierkegaard aber nicht nur unser menschliches Identitätsproblem auf den Punkt gebracht, sondern auch den Ort bestimmen, wo wir diese Widersprüche empfinden und zugleich überwinden. Nämlich unseren Geist. Unser Geist meint hier im Folgenden das Bewusstsein unseres Bewusstseins. Er meint im Folgenden deshalb weder Verstand noch Vernunft, sondern das Vermögen alle uns Menschen wahrnehmbaren Bewusstseins Inhalte, Gedanken und Gefühle, Erinnerungen und Träume, die einflösen Weiten unserer inneren Welt zu wahrzunehmen, zu bewerten und zu erfassen, Entschuldigung, zu erfassen, zu beurteilen und zu gewichten. Also der Geist befähigt uns, alle uns Menschen möglichen Bewusstseins Inhalte zu erfassen, zu beurteilen und zu gewichten. Unser Geist befähigt uns zu den für unsere sinnstiftenden Selbstverordnungen im Ganzen immer wieder notwendigen Vermittlungen zwischen existenziellen Widersprüchen wie Freiheit und Unwendigkeit, Dauer und Wandel, Selbstsein und Mitsein, wobei es genau diese abwägende Existenzbezugnahme ist, die uns von den bestimmten Tieren unterscheidet. Uns Menschen als unbestimmte Tiere eint also nicht nur unsere Lage, dass wir immer wieder neu Sinn machen müssen, sondern auch, dass wir alle einen Geist besitzen, der uns dazu befähigt. Und die damit ebenso verbundene Fähigkeit, immer wieder neu auf uns selbst und unser Leben Bezug zu nehmen. Solcher Art Heraustreten können wir uns ebenso in andere hineinversetzen, wie auch individuell und kollektiv beurteilen, was schädlich und was förderlich ist, was wir tun, was wir lassen sollen, woher wir gekommen sind und wohin wir aufbrechen wollen. Doch weil wir eben nicht nur innerhalb der Natur stehen, sondern uns als unbestimmte Tiere zugleich von den natürlichen Gegebenheiten abwenden können und doch abwenden müssen, kann es passieren, dass wir vor lauter Freiheit den Kontakt zur Realität kriegen. dass nichts anderes heißt, dass unsere kollektive Idee von diesem Leben nicht mehr mit unserer realen Erfahrung des Lebens zusammen passt. Wie wenn wir einsehen müssen, dass die Menschheit tatsächlich eine Spezies ist, die nicht aus zwei Geschlechtern besteht, dass das eine falsche Beschreibung ist oder dass man Sinn nicht kaufen kann. Kleine Unstimmigkeiten erzeugen Unbehalte. Große Unstimmigkeiten erzeugen Angst. Kollektive Unstimmigkeiten erzeugen eine psychotische Gesellschaft. Das nur ein anderer Ausdruck ist für eine kollektive Erfahrung existentieller Angst. Zugleich beschreibt Angst den Moment, in dem ein Mensch auf sich selbst und die eigenen Widersprüche aufmerksam will. Dieser Moment ist kritisch. Er verlangt eine Entscheidung. In einem seiner wichtigsten Bücher der Begriff Angst von 1844 spricht Kierkegaard deshalb von der Zweideutlichkeit der Angst. Denn in diesem unangenehmen Gefühl liegt sowohl die Möglichkeit der Selbstverfehlung durch Feigheit, Bequemlichkeit und Ablenkung als auch die Möglichkeit der Selbstgewinnung durch Mut, Beharrlichkeit und Konzentration. Wobei das Gefühl der Angst als Gewahrwerden der eigenen Unstimmigkeiten meistens ausgelöst wird von der Rückkehr des Verdrängten. Das Verdrängte ist das, was da ist, obwohl wir nicht wollen, dass es da ist. Das betrifft nicht nur die Sache mit den Zweigeschlechtern, sondern auch die Folgen von Kolonialismus und Neoliberalismus und die damit zusammenhängende, immer ungerechter werdende Verteilung von Reichtum. Es geht aber auch darum, was unsere profitgetriebene Lebensweise für die Tiere und für das planetare Ökosystem bedeutet und für unsere eigene Seele. Doch Angst ist auch die Möglichkeit der Freiheit, sagt sie Kicke. Weil sie immer auch eine Einladung ist zu mehr Bewusstheit, mehr Integration und Ganzheit. Ein wenig mehr, ein bisschen mehr. Ich glaube, dass es immer wieder nötig und immer wieder möglich ist, uns selbst, den anderen und dem Leben auf hinreichende Weise gerecht zu werden. Gerade weil wir uns selbst und die anderen das Leben immer wieder verraten. Aber wir spüren diesen Verrat, er schmerzt uns. Manchmal über Generationen hinweg. Für mich besitzt dieser Schmerz Aufforderungscharakter. Er lädt ein zu antworten, mitzufühlen, mitzudenken und mitzugestalten. Vor allem, weil es etwas ausmacht, wofür wir uns entscheiden, weil daran unsere eigene und unsere gemeinsame Zukunft hängt. Es ist von Bedeutung, wie wir über die Dinge denken und wie wir über die Dinge sprechen. Ob uns die Natur eine Lehrmeisterin ist oder bloße Ressource. Ob wir Menschen eine Familie sind oder uns ausbeuten, verachten, töten. Ob die Tiere sich selbst gehören oder unsere Willkür ausgeliefert sind und ob wir uns in dem Leben einigermaßen gerecht werden oder das Ganze verfehlen. Doch dafür gilt es nicht, die Welt zu ändern, sondern erst einmal uns selbst. Denn alles könnte auch ganz anders sein. Wir könnten anders sein. Anders denken, anders handeln, anders leben. Und dass das geht, haben wir während der Lockdowns kommen. Das ist nur die Frage, was das bedeutet. Wir könnten anders leben, aber dafür brauchen wir keine andere Welt, sondern ein anderes Bewusstsein dessen, das ist. Die große Krise ist eine geistige Krise, eine spirituelle Krise und ihre Heilung besteht im Finden eines neuen Sinns, einer anderen und angemesseneren Selbstverortung im Ganzen. Als ob wir hier wären, um zu leisten und zu performen und Geld zu verdienen. Also wenn wir unserem Menschsein gerecht würden, wenn wir uns immer weiter optimieren und immer rücksichtsloser miteinander konkurrieren, wenn wir uns in den sozialen Medien zur Schau stellen und hoffen, dass ein paar Herzchen regnet. Das ist alles nicht lebbar. Das ist nicht sinnvoll, das ist auch ein bisschen unwirklich. Doch weil wirklich alles ganz anders sein könnte, ist es an der Zeit, in den Ort zurückzukehren, an dem sich die Frage nach den Menschen immer wieder stellt und immer wieder neu beantwortet. Nämlich zu unserem Geist. Auf Latinisch heißt Geist Spiritus, was auch Atem bedeutet. Und es ist genau dort, wo wir die Atembewegungen des Lebens, dieses ständige Schwingen zwischen Polaritäten sowohl empfinden als auch verhindern können. Angesichts der Tatsache, dass wir vor lauter Profitgehe und Kontrollsucht dermaßen von dieser Wahrheit des Lebens, dieser Bewegung des Lebens weggerückt sind, dass wir tatsächlich verrückt sind. also das mit dem Verhindern, gerade sehr erfolgreich praktizieren, verweilen wir bei der Möglichkeit, unseren Geist zu gebrauchen und damit das Andere ebenso zu berühren wie das Ganze. Diese Berührungen sind für mich das Wesen der Spiritualität. Für mich ist Spiritualität selbst nicht notwendig religiös, sondern lässt sich sowohl philosophisch als auch im weitesten Sinne biologisch begründen. Philosophisch weil ich die, wie ich finde, brauchbarste Beschreibung der Entstehung des Geistes wie eben ganz kurz gezielt bei Sören Kierkegaard gefunden habe. Und die meiner Meinung nach beste Beschreibung seiner Bewegung bei dem Philosophen Georg Friedrich Wilhelm Hilde. Zugleich ist meine Auffassung von Spiritualität als Vermögen eines geistigen Lebens biologisch, weil Menschsein heißt, einen Geist zu besitzen. Weshalb alle Mitglieder unserer Spezies Geiste gewesen sind. Wobei man genau das eben auch ganz leicht vergessen kann. Unser Geist verbindet uns mit uns selbst, mit den anderen, mit den Menschen, mit den anderen Tieren und so weiter und mit dem Ganzen, dem Ganzen des Lebens. Er ist der Ort, an dem wir Differenzen und Widersprüche in uns, aber auch zwischen uns sowohl empfinden als auch überwinden können. Das ist der Kierkegaard und er ist zugleich der Ort, an dem wir das Ganze berühren. Und in dem es uns berührt, weil in unserem Geist und damit auch in uns das Ganze ruht. Das besagt auch der alte indische Gruß Namaste, den Mahatma Gandhi Jens so übersetze. Ich ehre den Platz in dir, in dem das ganze Universum residiert. Ich ehre den Platz in dir, wo, wenn du dort bist und ich dort bin, wir beide nur noch eines sind. Unser Geist, und jetzt sind wir bei Hegel, ermöglicht uns Menschen also eine Gleichzeitigkeit von Alteritäts- und Identitätserfahrungen, also Fremd- und Verbundenheitserfahrungen. in einer dialektischen Bewegung, von einem zum anderen zum Ganzen. Und von dort ist wieder zurück zum einen zum anderen und so weiter und so weiter ad infinitum. Spiritualität, so wie ich sie verstehe, ist somit eine dialektische Beziehungserfahrung, den Elemente sich holistisch vergrößern. Es geht dabei vom Ich zum Du zum Wir zum Ganzen, wobei wir eben ein Ausdruck für das Ganze ist, an dem wir teilnehmen und das an uns Anteil nimmt. Im Folgenden werfen wir einen genaueren Blick auf diese drei Elemente der spirituellen Dialektik und bringen sie dabei mit drei klassischen spirituellen Tugenden in Verbindung, dem Bemühen, der Güte und Demut und Dankbarkeit, wobei ich letztere zwei Seiten der gleichen Medaille betrachte. Beginnen wir dort, wo wir stets beginnen müssen. Bei uns selbst. Jeder Mensch ist ein Gespräch. Jeder Mensch hat eine Beziehung zu sich und sich selbst, der oder die andere, Objekt von Anteilnahme, Urteil und Korrektum. Und jeder von uns empfindet, balanciert und integriert diese widersprüchlichen Ebenen, um sich selbst auf den Begriff zu bringen, also irgendwie ich zu sagen und dabei die eigene Geschichte ebenso zu erzählen, wie zu erfahren. Hier zeigt sich das kleinste dialektische Hologramm. Ich bin nicht selbst. Ich bin eine, doch ich sehe mich sogleich von außen als andere und begreife mich in diesem Prozess als Ganze, als eigener Mensch, als Individuum, als Einzelne. Wie Kierke Gott es nennt. In dieser Selbstwerdung geht es nicht nur darum, sich selbst kennenzulernen, sondern auch darum, sich selbst immer wieder gerecht zu werden, indem man sich nicht allzu sehr angeht, indem man sich nicht missachtet, sich nicht für dumm verkauft und sich nicht schämen muss. Also nicht allzu oft, nicht allzu viel. Denn nur, wenn wir anerkennen, dass wir uns selber immer wieder verraten, also ich zum Beispiel verrate mich mindestens dreimal am Tag, also wirklich, ich verrate meine Überzeugungen und Träume und meine Werte und dann erinnere ich mich wieder an alles, was mir wichtig ist und bemühe mich, mir selber wieder gerecht zu werden. bis zum nächsten Rückfall. Und so geht es dann weiter Tag für Tag ein Leben lang bis zum Tod. Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Also nur Mensch sein heißt aufstehen lernen. Und nur, wenn wir anerkennen, dass wir Scheiternde sind, Übende, sich Bemühende, können wir uns motivieren, immer wieder neu anzufangen, uns aufzurichten, auszurichten und weiterzumachen. bis zum nächsten Rückfall. At infinitum. Es Bemühen als bewusstes und tägliches Ringen mit der eigenen Fehlbarkeit ist die Essenz der persönlichen Spiritualität. Und alle Legenden vom Großen angekommen sind, ob Erleuchtung oder Nirvana, Moksha, Verlust aller Anhaftungen oder ewiger Frieden verfehlen das übende Wesen des geistigen Lebens. Denn gelebt in Spiritualität heißt nicht angekommen sein, sondern weitermachen kann. Auch wir machen weiter. Spiritualität als bewusster Gebrauch der eigenen geistigen Fähigkeiten beginnt mit einem aufrichtigen Verhältnis zu sich selbst. Und selbst sollen wir ehren und achten und lieben trotz aller Rückfälle, trotz aller Fehlbarkeit. Wir sollen uns aufrichtig und aus vollem Herzen lieben. Ein Leben lang. Aber auch den anderen, unseren Nächsten sollen wir lieben. Wobei es ebenso darum geht, unsere Unterschiede auszuhalten, wie unsere Gemeinsamkeiten zu bejahen. Dazu schreibt Kickelgeiz und der Begriff Angst. Sympathie soll man empfinden, doch diese Sympathie ist erst dann echt, wenn man sich recht tief angesteht, dass allen geschehen kann, was einem Menschen geschieht. Erst wenn der Mitleidende in seinem Mitleid sich zum Leidenden so verhält, dass er im strengsten Sinne begreift, dass hier vor seiner eigenen Sache die Rede ist, hat das Mitleiden vielleicht einen Hinsicht. Hier zeigt sich das dialektische Hologramm auf der zwischenmenschlichen Ebene. Die eine, die ich bin, trifft auf die andere, die du bist und erkennt, dass uns beide ein Ganzes verbindet. Während wir dem Boxer Muhammad Ali das kürzeste Gedicht für gesellschaftlichen Fortschritt verdanken, ist die Erkenntnis, ich bin du, das Herz jeglicher Spiritualität. Aus dem Wissen um unsere Fehlbarkeit entspringt Bemühen. Die Erkenntnis unserer Gleichheit gebührt Güte. Und hat nicht schon Jesus gesagt, was du dem geringsten meiner Brüder getan hast, hast du mir getan. Ich würde das mit Kierkegaard ein bisschen aktualisieren und sagen, was du der geringsten unter deinen Schwestern und dem geringsten unter deinen Brüdern getan hast, hast du für uns alle getan. Güte ist existenzielle Solidarität. Sie ist sinnvoll, weil wir nur in der liebenden Sorge um andere unserem eigenen Menschsein gerecht werden. Hinreichend gerecht, meine ich. Lebbar und anständig gerecht. Denn kein Mensch kann frei sein, wenn nicht alle Menschen frei sind. Und obwohl es verrückt ist, diesen Satz zu sagen, es ist noch viel, viel verrückter, ihn nicht zu sagen. Die spirituelle Tugend der Güte speist sich aus der geteilten Teilhabe am Ganzen. Ihr Ort ist das Herz. Ihr Wesen ist die tätige Liebe. Und die Schatten ist die alte menschliche Neigung, sich um die Probleme der anderen zu kümmern und vor nicht weniger, aber auch nicht mehr. Denn nicht nur das eigene gilt es zu leben und das andere zu behüten, sondern auch das Ganze können wir berühren. Oder berührt es uns? Ja, beides. Und in der Beziehung zum Such zeigt sich das, was uns verbindet, als geteilte Teilhabe am Ganzen. Und ich erinnere mich an das Jesuswort, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter euch. Was uns verbindet, ist der Geist. Er ist der Ort, an dem wir das Ein und das Andere erfahren und zugleich begreifen, dass es sein Ganzes ist. Im Ich, im Du, im Großen Ganzen, dass ich Leben lerne, weil ich nach neuen Worten suche, um von Dingen zu sprechen, die uns alle angehen. Auch das Verhältnis der Einzelnen zum Ganzen ist Dialektisch und deshalb bestimmt von einer Gleichzeitigkeit von Fremdheit und Verbundenheit. Lassen Sie mich an dieser Stelle einen kurzen Text aus einem Essay vorlesen, den ich mal für Spiritual Care geschrieben habe. Der ist auch noch irgendwo im Netz. Also ich stehe vor dem Meer. Ich stehe vor dem Meer. Deine Oberfläche ist glatt und doch bewegt. Vor mir erstrecken sich Farbteppiche. Grünliche Flächen gehen in bläuliche über helle Stellen, schweben über dunklen Tiefen und das Licht. Gerade ist es aus locker gestreuten Wolkenbänken hervorgebrochen. Die Sonne steht tief, bestrahlend und golden. Sie bahnen sich ein Pfad durchs Wasser, das zu leuchten beginnt. Farben werden kräftiger. Manche schimmern, verschwimmen, alles glänzt. Auch ich beginne zu glänzen, dass das Licht mich trifft und für einen Moment lang ist alles eins, Mensch und Meer, Farbe und Gleis und Sonne und Abend wird verbunden durch unser gemeinsames Hiersein und eine wortlose Freude über die Schönheit der Welt. In diesem kurzen Moment des Einswerdens zeigt sich wieder das Hologramm der spirituellen Dialektik. Zuerst erfahre ich das mehr als etwas, das vor mir liegt. Anders ist es ich, mir fremd. Im Augenblick des gemeinsamen Beglänztseins ist dieses Anderssein aufgehoben und ich erfahre mich weder als Meer noch als Mensch, sondern als Verbundenheit. Wenn der gemeinsame Moment vorbei ist, stehe ich wieder vor dem Meer, aber ich habe erfahren, dass ich nicht nur ich, sondern auch Meer bin. doch zugleich bin ich auch die, für die diese Erfahrung als ganzes fremd ist. Dass ich mich in erneut Moment geteilter Teilhabe im ganzen Wiederaufheben also sowohl negiert als auch bewahrt, bis ich ihm erneut fremd werde und so weiter. Unterschiedliche Menschen berührt das Ganze auf unterschiedliche Weise. Oft sind es Naturerfahrungen oder Tierbegegnungen. Manchmal geschieht es in der Liebe, beim Nachdenken, beim achtsamen Tun. Manchmal auch in existenziell bedrohlichen Situationen oder angesichts des Todes. Gewiss ist, dass diese Erfahrungen großer Verbundenheit nicht andauern und selbst die großen Weisen und Mystikerinnen nach den Ekstasen des Einsseins wieder auf sich selbst zurückgeworfen werden. Genauso wie der Hölderlin im Hyperion schreibt Und wenn die Begeisterung hin ist, dann stehst du da wie ein missratener Sohn, den der Vater aus dem Haus stieß und betrachtest die ärmlichen Pfennige, die das Mittel dir auf den Weg gab. Und so führt uns auch die Berührung mit dem Ganzen zurück zum Bemühen. Weil dieses Bemühen der Kern unseres Menschseins ist, wenn wir seine Notwendigkeit wirklich erkennen, dann wird demutig. Schon auf dem Orakel von Delphi soll neben dem Bekannten Erkenner dich selbst gestanden haben, hasse die Hybris. Das ist Angekommen sein. Demut ist es Bemühen. Und doch erfüllen uns diese kostbaren Momente des Einsseins zugleich mit einer Gewissheit, die mehr ist als der Zweifel und das tägliche Scheitern. Sie erfüllen uns mit einer Gewissheit der Verbundenheit mit uns selbst, mit den anderen und mit allem, was mit uns ist und mit dem Ganzen der Schöpfung. In diesem Gefühl der Verbundenheit liegt eine große Dankbarkeit. Dankbarkeit dafür, dass wir lebendig sind, dass wir hier sind, dass wir teilhaben dürfen. Dankbarkeit, dass wir im Ganzen geborgen sind. Geborgen, aber nicht geschützt. Denn das Ganze ist nicht das Gute, sondern die Gleichzeitigkeit von Licht und Schatten, Wachstum und Verfall und Liebe und Gleichgültigkeit. Und obwohl das Leben wunderschön ist, tut es auch weh. Verwundet uns, bringt uns nie. Und am Ende steht der Tod. Es ist nicht leicht, ein Mensch zu sein. Auch es liegt an uns, was wir daraus machen. Mensch sein heißt, sich immer wieder neu entscheiden zu können. Jeden Tag, jede Stunde, jeden Augenblick. Die Zukunft liegt in unseren Händen. Denn hier, im schönen Garten Erden, sind wir Mitschöpfer dessen es ist. Dabei sind wir geborgen in diese geheimnisvolle Ganzheit, die wir leben. Geborgen, aber nicht geschützt. Und ebenso wie wir ist diese geheimnisvolle Ganzheit nicht abgeschlossen, nicht vollkommen, sondern vielstimmig, ein Werden, in dem wir uns als Einzelne und als Gemeinschaft der Menschen immer wieder neu zu verorten haben. Die spirituelle Krise der Gegenwart besteht im Verlust dieser Verortung. Und die Heilung dieser Krise besteht im Finden eines neuen Sinns. Bevor wir uns im letzten Teil der Frage widmen, wie wir unseren Geist benutzen können, um uns selbst und dem Leben in dieser Hinsicht besser gerecht zu werden, werfen wir noch einen kurzen Blick auf das Thema Spiritualness. Spiritualness ist ein Wort, das ich vor einigen Jahren im Rahmen eines Uniseminars entworfen habe. Es ist eine Kombination von Spiritualität und Wellness. Dabei geht es eben darum, was wir auch eingangs gehört haben, dass immer mehr spirituelle Techniken, also Yoga, Achtsamkeit, Meditation, verwendet werden, um sich selbst zu optimieren. Ich mache Yoga, um schlank und fit zu bleiben. Ich bin achtsam, um mein Gegenüber bei Verhandlungen besser einschätzen zu können und ich meditiere, um den Kopf frei zu bekommen, damit ich besser leisten kann. Dahinter steht die Frage, ob derart egoistische Spiritualität uns helfen kann, mit der gegenwärtigen Krise besser umzugehen. Die Antwort ist wie so häufig ein entschlossenes Jein. Ja, weil alle spirituellen Techniken darauf abzielen, den eigenen Geist zu klären. Und je klarer man sieht, desto mehr sieht man auch den anderen und das Ganze. Auch in der klassischen Spiritualität arbeitet man mit dumpfen Wiederholungen, die irgendwann zu einem echten Bewusstseinswandel führen. Ich meine, ob jemand wochenlang Toiletten putzt oder monatelang einen Kuhahn vor sich hinmurmelt oder tausendmal mischt rübergehen. Erste Übungen sind wohltuend, egal aus welchem Grund man sie macht. Die Frage ist, also sie sind eigentlich immer wohltuend, erfahrungsgemäß. Die Frage ist, ob auch bei diesen wirklich egoistisch motivierten Formeln von Spiritualität, die ich Spiritualness genannt habe, auch bei denen ein qualitativer Sprung stattfindet. Also ob sich das Yoga doch irgendwann in eine Bemühung um innere Schönheit verwandelt, aber achtsame Praxis auch irgendwann trotz egoistische Absichten dazu führt, dass man sein Gegenüber nicht mehr nur manipulieren will, sondern vielleicht einfach nur wahrnimmt als anderen Menschen. Und dass man auch beim Meditieren vielleicht irgendwann begreift, dass der Sinn des Lebens nicht nur in Leistung bestehen kann, begreifen muss. Ist das so? Ich kann diese Frage nicht beantworten. Ich bin so gespannt, was die dann nachsagen, was eure Studien ergeben haben, was die Studien ergeben haben, ob das immer hilft oder nicht. Ihr wisst es nur, dass dieser Umschlag vom rein egoistisch motivierten Gebrauch der spirituellen und geistigen Techniken zur Selbststeigerung, dieser Umschlag sozusagen in eine qualitative, ja, also in die Qualitäten, in die spiritualen Qualitäten, nämlich also das Bemühen, die Dankbarkeit und die Demut und vor allem die Güte stattfinden muss, wenn die Spiritualität etwas beizutragen hat zu der Krise, die wir gerade sehen. Vor allem die Güte ist es, die den Unterschied macht. Sie allein verleiht der spirituellen Praxis die Tiefe, die Dringlichkeit und das Gewicht, welches die Praktizierenden befähigt, bewusst und verantwortungsvoll an der Gestaltung unserer gemeinsamen Welt mitzunehmen. Denn Güte, also, denn die Güte ist immer achtsam, aber Achtsamkeit ist eben nicht immer gütig. Oder was meinen Sie? Denn nur die Güte war es eben, dass jeder und jeder Einzelne einmalig kostbar und unersetzlich ist, dass wir einander brauchen und wir einander schulden und dass wir gemeinsam wirklich mehr sind als die Summe unserer Teile. Und natürlich wissen wir, dass wir auch diese mit der kurzen Aufmerksamkeit sparen, was uns zur zweiten Pause bringt. So, vielleicht haben Sie Lust, ein letztes Mal zusammen mit mir zu atmen, jetzt ist die Katze auch wieder weg. Würden Sie einfach mal so ein kleiner Ach Gott, muss auch vom Computer sich wieder ein bisschen zurechtkommen. Es dauert auch nicht mehr so lange versprochen. Also, ich würde jetzt nochmal fünfmal atmen und einfach länger ausatmen und erstmal einatmen. Das aktiviert das vegetative Nervensystem, das ist für Entspannung zuständig. Das tut gut. Wenn wir uns jetzt noch entspannen, dann lade ich Sie ein, an den letzten Moment zu denken, an dem Sie das Leben als sinnvoll empfunden haben. An dem Sie eine Verbundenheit mit dem Leben gespürt haben. Und wenn wir uns jetzt an uns selbst erinnern, erinnern wir uns auch an die große Krise, die wir gerade erleben. eine Krise, die sich uns zeigt als Verlust von Respekt und Anteilnahme, von Güte und Solidarität, von Verbundenheit und Sinn. Sinn entsteht, wenn wir uns selbst und im Leben hinreichend gerecht werden und uns auf diese Weise lebbar im Ganzen verorten. Doch nicht nur wir haben eine Beziehung zum Leben, sondern das Leben hat auch eine Beziehung zu uns. dazu schreibt Viktor Frankl, der Begründer der Existenzanalyse. Es kommt nicht darauf an, was wir vom Leben erwarten, sondern allein darauf, was das Leben von uns erwartet. Dabei geht es nicht darum, ein für alle Mal auf alles zu antworten. Im Gegenteil. Das Leben stellt an alle von uns in jedem Augenblick Fragen, die wir immer wieder neu durch unser eigenes Dasein lösen müssen. Etwas fällt hin, man hebt es auf, jemand weint und tröstet ihn. Jemand braucht mich, ich höre einfach zu. Die Fragen, die uns das Leben stellt, sind Viktor Frankl die Forderung der Stunde. Diese Forderung ist niemals abstrakt, sondern ganz konkret. Sie betrifft mich dort, wo ich stehe, und von wo aus ich auf mein Leben antworten muss. Keine Situation wiederholt sich. Und in jeder Situation ist man selbst zu einem anderen Verhalten aufgerufen. Man müssen mehr abwarten, man handelt, man ist der andere wichtiger, man sind viel wichtiger. Letztlich geht es um Angemessenheit. Darum, der Situation gerecht zu werden. Dabei gibt es in den meisten Situationen durchaus einen Handlungsspielraum. sozusagen einen Sinn Kontinuum. Aber wir merken schnell, wenn wir seine unscharfen Ränder übertreten. Wir haben einen Sinn für den Sinn, der sich nicht in eindeutigen Handlungsanweisungen zeigt, sondern eine Art Unbehagen, eine Angst, eine Unstimmigkeit erzeugt, wenn wir der Forderung der Stunde allzu sehr zuwiderhandeln. das können wir uns vorstellen, wie mit unserem Sinn für Gerechtigkeit, der eigentlich ein Sinn für Ungerechtigkeit ist. Denn wir wissen ja gar nicht so genau, was gerecht ist. Aber wenn irgendwas ungerecht ist, merken wir das sofort. Auch unser Sinn für den Sinn zeigt sich ebenso wie unser Sinn für Gerechtigkeit am deutlichsten ex negativo. Da beide durch existenzielle Dissonanzen, also Unstimmigkeiten, aktiviert werden, die uns zum Handeln auffordern. Eine Aufforderung, wenn wir nachgehen können, aber nicht nachgehen müssen. Bekannt ist unser Sinnorgan, wie Frankl es nennt, auch unter dem etwas altmodisch klingenden Namen Gewissen. Dazu schreibt Hegel in der Phänomenologie des Geistes, das Gewissen ist einfaches, pflichtgemäßes Handeln, das nicht diese oder jene Pflicht erfüllt, sondern das konkrete Rechte weiß und tut. Es sieht und erfüllt also die Forderung der Stunde. In diesem Sinne wollen wir im Folgenden das Gewissen verstehen. Als geistiges, eben in diesem Sinne spirituelles Vermögen, es uns jenseits aller religiösen oder gar moralischen Implikationen schlicht befähigt, in allen Situationen und selbst und im Leben hinreichend gerecht zu werden. Akzeptabel gerecht, anschlussfähig gerecht. Unser Sinn für den Sinn ermöglicht uns dabei eine doppelte Beziehungserfahrung mit dem Leben. Zum einen geht es um mein Verhältnis zu meiner eigenen Lebendigkeit und zum anderen geht es um unser aller Verhältnis zu allen anderen Formen des Lebendigen und zum Ganzen. Das sind eigentlich drei natürlich. An allen drei Beziehungen kann man zweifeln, wie die Philosophie seit Plato und vielfach daran gezweifelt hat, dass da draußen überhaupt irgendwas ist und fast da, ja, wir es auch berühren können und du bist uns berührt. Alle Beziehungen kann man auch an sich reißen. Die christliche Kirche hat das Verhältnis des Menschen zu sich selbst, zu den anderen und zum Leben jahrhundertelang kontrolliert, aber auch vereitelt. Es gibt viele Beispiele. Doch uns als Krone der Schöpfung zu begreifen, als Herren der Erde, die sich die Tiere, die Natur und den Planeten untertan machen sollen. Ich meine, die Frauen sollten wir auch untertan machen. Also diese größtenwahnsinnige Allmachtsfantasie gehört zu den tieferen Ursachen der großen Krise. Die natürlich auch eine Reaktion ist auf unseren respektlosen und ausbeuterischen Umgang mit dem Leben. Und schließlich können alle Beziehungen auch scheitern, wie es geradezu passieren droht. Doch wir können immer wieder zu unseren Beziehungen, zum Leben und zu uns und zu den anderen zurückkehren. Wobei genau darin auch die Möglichkeit liegt, unserem Menschsein anders zu denken und anders zu leben. Von der Verbindung, die wir mit uns haben, haben wir immer mal wieder geholt. Dass wir alle von uns selber wissen und uns bemühen müssen, unsere eigene Achtung zu verdienen. Tag für Tag müssen wir uns darum bemühen, ein Leben lernen. Denn die wichtigste Aufgabe des Menschen ist, sich um seine Seele zu kümmern. Wir müssen uns aber nicht nur um uns selbst kümmern, sondern auch um alles andere, was mit uns ist. Weil es uns auch angeht. Viel mehr, als wir das noch wahrhaben wollen. Als ob nicht in jeder vermüllten Wiese, in jedem ausgelauften Boden und in jedem brennenden Wald auch unsere eigenen Angelegenheiten verhandelt wurden. Unsere ureigensten Angelegenheiten. Alles ist miteinander verbunden. Alles ist miteinander hier. Dieses Gewahrsein einer Komplizenschaft des Seins durchwebt nicht erst seit Alexander von Humboldts Erkenntnis an der vernetzten Natur. Die Wissenschaften. Ohne, dass das interessanterweise irgendeinen Einfluss auf unsere Lebensweise gehabt hätte. Bislang. Die Bäume hingegen wissen es, dass alles mit allem verbunden ist. Auch die Tiere und die Dichterinnen und der silberhelle Mond. Nur wir übrigen stellen uns manchmal in die Ecke und tun uns, würde uns alles nichts angehen. Aber beobachten heißt verändern und wahrnehmen heißt teilhaben. Und das wissen wir nicht erst seit der Entdeckung der Heisenbergschen Unschärferelation. Aber es geht ja wirklich um mehr. Weil bin ich jetzt nur ein Mensch? Bin ich nicht auch ein Baum? Um eine Blume? Ein Hügel? Ein Fisch? Ein alter Fernseher? Ein wenig Mikroplästern? Gewiss ist, dass wir alle aus Atomen bestehen, die vor der Geburt unseres Körpers bereits für anderes verwendet wurden. Wir sind alle aus Sternenstaub gemacht. Aber auch aus Steinen und Blättern und den Schalen von Krustentieren und aus Müll und aus Elektroschrott und alten Stoffen und Waffen und Hölzern. Wir sind nicht in der Welt, wir sind Welt, durchdrungen von einer Andersheit, die wir ebenso missachten wie fürchten. Wenn wir auf die Oberfläche der Dinge blicken, scheint alles getrennt zu sein. Fremdartig, vielleicht sogar feindlich. Doch wir sind in jedem Augenblick angeladen, nach innen zu blicken und uns den anderen zu öffnen. Dazu schrieb der Dichter Rainer Maria Rilke, durch alle Wesen reicht der eine Raum, Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still durch uns hindurch, oh der ich wachsen will. Ich sehe hinaus und in mir wächst der Baum. Alles ist mit allem verbunden, alles hat Anteil aneinander, alles ist einander Welt. Die große Krise entspringt einem Vergessen, Verdrängen, Missachten, dieser existenziellen Verbundenheit. Aber es ist immer möglich zu ihr zurückzukehren. Alles ist noch da. Alles ist immer noch da. Wir brauchen keine neue Welt, sondern ein neues Bewusstsein der Welt. Ein anderes Verständnis von Menschsein und Leben. Ein geistiges, ein spirituelles Verständnis, das dem Weltinnenraum gerecht wird und sich für die Verantwortung öffnet, die es mit sich bringt, anzuerkennen, dass nicht nur alles mit allem verbunden ist, sondern dass auch alles lebt. Ich selbst noch mal. Alles lebt. Denn obwohl es bezüglich der terrestrischen Akteure noch Anerkennungskämpfe gibt und Grenzen gezogen und verworfen werden, Tiere ja, Computer nein, Bücher vielleicht, toxischer Müll auf keinen Fall, sehe ich doch eine große Bewegung hin zu einer animistischen, also geistigen Internationale, in der wir endlich anerkennen, dass alles und jedes ein eigenes Sein in der Zeit besitzt. Serverfarmen und Schreibtischen, Schnecken und Schaben, Tiefebinnen und Tsunamis. Der kleinste gemeinsame Nenner, dieser geteilten Teilhabe im Wirklichen, ist eine Art atomare Aktivierung, ein gemeinsames Aufleuchten im Quantenfeld. Alles, was Welt ist, materialisiert sich gleichzeitig, diskontinuierlich, mit flackernden, unscharfen Rändern. Menschen und Tiere, Berge und Bäume, Sterne und Stäubchen und jede Menge Plastikschrub. Diese Quantengemeinschaft ist für mich das Feld, in dem sich Sinn ereignen kann. Aber nicht muss. Denn das liegt an uns. Nur wir Menschen brauchen diesen Sinn. Aber jedes Mal, wenn wir ihn finden, schenken wir ihn zugleich der Welt. Vielen Dank.